Aber welche gesellschaftlichen Strukturen gibt es tatsächlich, behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, wenn die eigene Familie, die Eltern nicht mehr helfen können? Nach wie vor heißt es für viele Behinderte dann ab ins Heim. Wann sie aufstehen, essen oder gewaschen werden, entscheiden sie nicht mehr selber. Einen Beruf ausüben ist ihnen unmöglich. Nach dem Willen der EU-Kommission soll sich das nun ändern. Wir zeigen ihnen, wo es in Europa schon jetzt für behinderte Menschen schwierig ist, den Alltag zu meistern und wo ihnen das Leben leichter gemacht wird. Jacqueline Schmid und Rolf Enzminger sind beide auf den Rollstuhl angewiesen. Sie leidet an Polio, an Kinderlähmung, er ist spastisch gelähmt. Straßburg, eigentlich eine behindertenfreundliche Stadt. Die meisten öffentlichen Gebäude sind barrierefrei, doch bei weitem nicht jedes Geschäft. Oft sind es nur Zentimeter. Dass an den Straßenbahnhaltestellen Rampen gebaut wurden, das hat Rolf Enzminger seinem eigenen Engagement zu verdanken. Vor ein paar Jahren hat er mit Gleichgesinnten dafür die Schienung blockiert. Jetzt ist der Zugang zur Bahn ohne fremde Hilfe möglich. Rolf Enzminger und Jacqueline Schmid engagieren sich bei der Association de Paralyse de France, dem Verband gelähmter Menschen. Sie wehren sich gegen Diskriminierung, fordern für sich auch den gesetzlichen Mindestlohn. Mit rund 600 Euro bekommen sie nicht einmal die Hälfte davon. Behinderte müssen Miete zahlen. Sie zahlen ja nicht weniger, sie zahlen die gleiche Miete wie alle. Dann müssen sie Geld für Lebensmittel ausgeben. Und dazu kommen weitere Kosten, nicht nur medizinische. Auch für technische Hilfsmittel. Das muss alles sichergestellt werden. Ein Mindesteinkommen von 600 Euro, wie es derzeit der Fall ist, reicht bei weitem nicht. Gleichfalls in Straßburg will das Europäische Parlament jetzt eine weitreichende Antidiskriminierungsrichtlinie verabschieden. Niemand soll aufgrund von Alter, Religion, Weltanschauung, sexueller Ausrichtung oder Behinderung benachteiligt werden. Bisher gilt die Regelung nur für den Arbeitsplatz. Jetzt soll sie für alle Lebensbereiche gelten. Doch vielen konservativen Politikern geht das zu weit. Sie wollen keine EU-Regelung. Die einzelnen Staaten sollen entscheiden. Das können die ganz allein bewerkstelligen. Ein gemeinsames europäisches Bewusstsein haben wir. Aber die Umsetzung davon muss in der Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben. Deswegen sind wir Christdemokraten gegen einen solchen großen, bürokratischen Raum, der jetzt geschaffen werden soll, kann nicht funktionieren. Die Konservativen drohen, die Richtlinie im Parlament zu boykottieren. Es gebe ohnehin schon genügend Gesetze gegen Diskriminierung. Solange Menschen noch ins Heim geschickt werden, ohne dass sie das wollen, oder solange öffentliche Gebäude wie Kinos, Theater oder auch die Bahnen nicht zugänglich sind für Menschen mit Rollstuhl oder auch mit anderen Behinderungen, so lange ist die Gesetzestage noch lange nicht auf dem Stand, wie sie sein müsste. In Deutschland können die wenigsten Behinderten frei darüber entscheiden, wo sie leben. Corinna Zolle ist eine Ausnahme. Die Molekularbiologin leidet unter spinaler Muskelatrophie. Sie braucht rund um die Uhr Betreuung. Trotzdem lebt sie nicht im Heim, sondern zu Hause, ist berufstätig und selbstständig. Denn sie hat persönliche Assistenten. Die, sagt sie, ersetzen mir die Hände und die Füße. Aber das Modell der persönlichen Assistenz ist in Deutschland die Ausnahme. Und man muss sich mit seinem Einkommen und Vermögen an den Kosten beteiligen. Behalten darf man nur den Hartz-IV-Satz. Corinna Zolle empfindet das als Diskriminierung. Sie ist nicht schuld an ihrer Krankheit. Weshalb soll sie also nicht so viel verdienen dürfen wie ein gesunder Mensch? Es geht auch anders, nämlich in Schweden. Adolf Ratzke hat das System hier mit aufgebaut. Von ihm stammt sogar der Begriff persönliche Assistenz. Adolf Ratzke ist mit 17 Jahren an Polio erkrankt. Studiert hat er in den schon damals behindertenfreundlichen USA. Sein Beruf brachte ihn vor 35 Jahren nach Schweden. Dort engagiert er sich seither für die Behinderten. Hat eine Genossenschaft aufgebaut, leitet das Institut für selbstbestimmtes Leben in Stockholm. In Schweden lebt seit Jahren niemand mehr im Heim. Persönliche Assistenz ist hier der Normalfall. Die Behinderten stellen ihre Assistenten selbst ein und lernen sie an. Ich bin der Chef, ich entscheide. Ich bin also Subjekt und nicht mehr Objekt. Ich bin der Handelnde. Ich bin nicht der Passive, der entgegennehmen muss und sich alles gefallen lassen muss. Das System ist sogar wirtschaftlich. Die Behinderten beschäftigen landesweit 60.000 Menschen. Bezahlt vom Staat. Das persönliche Einkommen bleibt in Schweden unangetastet. Adolf Ratzka führt ein ziemlich normales Leben, ist verheiratet, hat eine Tochter einen Beruf, der ihn oft ins Ausland führt. Er beteiligt sich sogar im Haushalt. Mit Hilfe seines Assistenten, der ihm abnimmt, was er selbst nicht erledigen kann. Also ich kann mir mein Leben eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ohne persönliche Assistenz. Ganz einfache Sachen in einer Einrichtung in Deutschland zu wohnen, zu verkümmern, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben, weil mir das Leben gar nicht mehr Spaß macht. Und so habe ich mein Polio mit fast 50 Jahren überlebt, trotz der Art und Behinderung, weil ich was zu tun habe, weil mir das Leben Spaß macht. Ich habe Familie, ich habe Freunde. Das alles ermöglicht mir die persönliche Assistenz. Selbstbestimmtes Leben auch für Behinderte? In Deutschland und in Frankreich steckt das Modell der persönlichen Assistenz noch in den Anfängen. Trotz der EU-Richtlinie gegen Diskriminierung, trotz der UN-Konvention zum Schutz der rechte Behinderte, leben Menschen wie Adolf Ratzka dort in der Regel in Heimen. Dass es auch anders geht und volkswirtschaftlich nicht einmal teurer ist, zeigt das Beispiel Schweden. Soweit unser Zoom der Woche zur Situation behinderter Menschen in Europa. Tschechien ist immer wieder in den Schlagzeilen. Nicht nur, weil das Land derzeit den EU-Ratsvorsitz hat, sondern vor allem, weil dort noch nicht über die EU-Verfassung abgestimmt wurde. Seit gestern berät das tschechische Parlament erneut darüber. Bei den Beratungen mit dabei ist ein Mann, der für die EU ist und...